hallo aber einfach jemand an der kiste selbst genau gesehen also herr olaf ja schieben sie nicht von sich immer auf andere wir haben sie auch schon dabei beobachtet wie sie in fremde kisten geguckt haben ja ich habe ja auch nicht gesagt dass ich es nicht gemacht habe ich habe auch nur kommentiert was sie gerade was du gerade gemacht ja außerdem ich glaube leuten dieser herr dahinten der kotzt mich so an ich würde es gerne noch ja sie könnten ja mal an ihrem haus weiter bauen weil das sieht wunderbar aus einmalig unbeschreiblich stein klotz gucken sie mal was das wollen sie heute auf die beine gestellt hat es hat gar keine beine aber ja aber gucken sie sich das an dann fragen sie das frauen sie sie geben sie ihr geld und die arbeits die arbeitsmaterialien und dann baut sie in außen aus für die stadtware baut sie auch ein hauss jetzt schon cool aber ich habe leider keine finanzielle weil sie können also ich gebe nur aus und das einzige was ich bekommen ist so ein oder zwei coins wenn ich glück habe ja dann weiß ich auch nicht was sie da machen können und ohne meinen werten vorgesetzten kann ich auch nicht weitermachen der war heute zum beispiel da ja ich war zu dem zeitpunkt umgefallen also ich stehen ja das ist dann blöd gelaufen würde ich sagen aber haben sie denn so verkaufsautomaten dass sie da irgendwann mal irgendwas verkaufen können was sie ja ich habe 58 fackeln für eine keule reingelegt also war es dort wo erst die blumen drinnen waren ja aber ich habe gemerkt dass ich der einzige war der das noch nicht fertig hatte also ja gut wollen sie achten 50 fackeln für eine keule kaufen schnäppchen angebot also mal ganz ehrlich da sage ich jetzt nicht nein das ist günstiger als bei dem herrn tobias eben eben vorsicht auch die bögen kriegt man auch so viel spaß so sehen sie da da haben sie ich habe leider keinen mehr ich hatte bloß den ein dabei weil ich schon essen gekauft habe hat sich gelohnt ja i think it's totally worth it dann viel spaß mit ihrem kochen und schon habe ich so einfach geht das hallo hallo keine sorge die achsen die kommt gleich wenn ich mit dem tobias fertig bin ich müsste dann ok da hinten steht dieser dreckige werwolf ich gebe ihnen zehn prozent bei jedem ersten einkauf als magie als magie zehn prozent ja komm bei einer Münze zehn prozent kommst du mehr dann kriegst du ja mehr und dann kriegst du noch 15 er sie müssen sie müssen noch was drauf Sie sind ein unfähiger Magier. Ich bin kein unfähiger Magier. Stopp, warte. Bitte nicht. Also, gestern haben sie vor meiner Haustür so lange gezaubert, bis man eine Fackel da war. Das war, weil ich ein bisschen Gras gemacht habe. Ah. Aber, mal ganz kurz eine andere Frage, Herr Olaf. Das, was Sie da unten aufgebaut haben, ist das irgendwas, ein Magietisch oder sowas? Das ist nur ein Vogelbecken. Falls das Magie sein sollte. Erst mit dem Herrn Melvin reden, wo man in der Stadt Magie anwenden darf. Bitte, denn ich weiß ja nicht, ob hier noch irgendwas geplant ist bei ihrem Steinklotz. Und ja, ich wollte es halt noch mal sagen, weil der Herr Melvin hat sich halt schon auf einem Berg niedergelassen. Ich denke mal, dort oben wird die Magie auch niemanden stören soweit. Ja. Und ja. Ich mache das jetzt nur so für den Einfach vielleicht mal in den DC-Gedanken den privaten Muskeln nutzen und ihn fragen. Ja, klar. Vielleicht kriegen Sie das ja so telepathisch hin. Ja. Ah, okay. Ganz kurz unter uns darf man fragen, was Sie mit dem Herrn Tobias so lange besprochen haben. Das ist einfach... Ich muss den einfach nur die... Er hat gefragt, wie das Ding hier funktioniert. Den Hammer und dann... Ja. Mit dem... Er hat einen Hammer bei mir bestellt, wo man viele Steine auf einmal zerstören kann oder er gesagt abbauen kann. Okay. Und da muss ich ja erstmal die Prinzipweise von dem erklären, wie das funktioniert, weil er... Ja, weil sie standen die ganze Zeit nur hier und ich hab... Ich bin ehrlich, ich hab von Fräulein Sissi aus ein bisschen mal beobachtet und das sah mir nicht so aus, als ob sie ihm gezeigt haben, wie man den Hammer benutzt. Doch, doch. Okay. Sie halten aber die Ohren und Augen auf, falls er irgendwas im Schilde führt. Hm. Keine Sorge. Sofort zu mir oder Herrn Melvin kommen und dann... Aber gut. Gut. Meine Äxte, Axt, Kampf-Axt, wie auch immer im... Äh, genau. Die wollte ich als nächstes machen. Oh Gott. Ich bin heute völlig neben der Spur. Ja. Ähm. Und die... Die Axt, die... Holzfäller-Axt, hier. Ja. Die. Ähm. Ja. Waren sie. Uff. Wenn sie noch irgendwas an Material brauchen, ähm, dann sagen sie, vielleicht habe ich da noch was bei mir in den Kisten. Äh, nee, nee, warte mal, ähm... Warte mal, es gibt... Was weißt du für ein Material mache ich die denn? Äh, so lange halten oder schnell abbauen können oder... Naja... Fällen können. Also die... Oder soll ich ihnen wieder eine normale äh, Eisen-Axt? Die Axt für die Bäume, ich würde mal sagen, sie soll lange halten und gut fällen können. Also schnell, sodass es nicht immer so lange dauert. Und... bei dieser... Ja, wie soll ich sagen? Kampf-Axt oder... Doppel-Axt? Ähm... ... Ja... Vielleicht gehen sie mal in Gedanken und... gucken mal, ob sie die finden, ne? Ja, ja, damit lässt sich irgendwas anstellen. Ähm, kriege ich da schon hin. Äh, ja. Wann so? Warte mal, warte. Hm, 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 hm. Nicht, nicht fragen, sondern hilflich. Ja, ich... Wenn ich überlege muss, esse ich immer was. Ja, oder ist das... Das ist ein verrückter Kerl. Äh... Ach, sie haben das alles mitgekriegt. Äh... Interessant. Ja, ja. Jetzt ärgert der schon die Hunter. Also, jetzt... Mal einen kleinen Warnschuss abgeben hier. Mist. Ich weiß nicht, was... Ich... Wissen Sie, ich mag die Hunter auch nicht wirklich. Ich meine, die spazieren ja einfach in mein Haus und... Ja, ja, da... Obwohl die Türen zu sind. Da muss man auf jeden Fall was dagegen, äh, äh, ja. Was soll ich sagen? Die haben mich beim Schlafen beobachtet. Na, dann... Sie sehen doch einfach irgendwie raus, oder was weiß ich. Hab ich mittlerweile hinbekommen. Ja, das ist toll. Jetzt gehen sie nur noch unten rein und passen auf die, äh, Kisten auf von den... von der Stadtwache. Schön. Hab ich nicht noch mal... Na, was geht da vor sich? Der Herr Olaf ist ja auch so ein dreckiger Werwolf. Na? Komm, verwandle dich in der Stadt. Dann werfe ich dich raus und jage dich bis zum Tod. Und jetzt emp Okay. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020